Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Hedi. Heute haben wir ein paar Themen. Leider bin ich heute ein bisschen zu spät dran, weil ich es leider nicht früher geschafft habe und deswegen auch leider was verpasst haben bei Cardano, aber das werden wir gleich sehen. Bis nach dem Intro. Ja, dann schauen wir doch zuerst mal auf die Kurse. Heute ist wieder mal ein richtig schöner grüner Tag und zwar bei Axie Infinity vor allem. Der hat gerade mal knappe 16% hingelegt. Auch Solana kommt wieder mal aus dem Tee. Algorand 12%, die haben sogar 30% die Woche gemacht, also auch nicht schlecht. Und auch Ape kommt wieder ein bisschen aus dem Dampf. Sieht also nicht schlecht aus. Also bei Chilis, da ist halt so eine Sache, ich denke, die könnten noch gut kommen in nächster Zeit, vor allem wegen dieser ganzen Fußball-EBM-Geschichte. Und das könnte auch Crowe noch mitziehen. Aber das sind alles nur meine Spekulationen, das muss ich ja selber wissen. Aber ich könnte vermuten, dass es wirklich damit zu tun hat. Also sind wirklich ein paar gute Anstiege passiert. Vor allem Crowe hat sich ja auch lange mal auf den 10 Cent ein paar zerquetschten da aufgehalten. Und es wurde auch mal Zeit, dass da mal was passiert ist. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, und zwar zum Ethereum-Stake. Es wird immer mehr gestaked. Und zwar sind es momentan schon fast 12% der bestehenden Ethereum, die gestaked sind. Also das ist schon eine saftige Zahl. Und die Prozente liegen dabei so zwischen, soweit ich weiß, zwischen 3 und 5,2% APY. Also, ja, auch nicht schlecht. Dann schauen wir doch mal zum Thema meiner Kapitulation. Also, ja, und zwar geht es darum, dass halt wieder, ja, ein bisschen Druck kommt. Und zwar kommen die Mining-Unternehmen ein bisschen unter Druck. Beziehungsweise ist Galaxy Digital, das Unternehmen, das vom Mediador Mike Novogratz geführt wird, hat mal eben 20% seiner Belegschaft entlassen. Das kommt mal so dazu. Dazu kommt auch noch das Mining-Unternehmen Konkurs gehen. Es ist halt schon momentan wirklich Feuer. Es ist wirklich Feuer im Cryptospace. Und da werden wir mal sehen, was das dann noch für Folgen hat, beziehungsweise was da noch passieren wird. Was halt einfach komisch ist, ist, dass gerade jetzt die Hashrate so explodiert. Ich blicke da irgendwie nicht ganz durch. Aber wer weiß, wer da wieder die Finger drin hat, wir werden sicher erfahren, leider dann, wenn der Sinn meistens schon vorbei ist, beziehungsweise wir werden es eh erst dann verfahren, wenn es uns nichts mehr bringt. So, dann schauen wir hier mal. Cardano. Cardano hat ja gesagt, beziehungsweise Charles Haskinson hat gesagt, es würde ja etwas Spektakuläres jetzt kommen und das alles verändern würde und bla bla. Aber er hat halt eben nicht gesagt, was. Obwohl er auch darauf hingewiesen wurde von einem Herrn hier. Und zwar gibt die Neuigkeiten doch einfach bekannt. Es gibt ja keinen Grund, es zurückzuhalten. Es sei denn, es ist ein großer Marktbeweger. Ja, er hat sich halt jetzt trotzdem dazu entschieden, das Ganze erst am 18. bekannt zu geben. Und zwar ist das in Edinburgh hier an einer Veranstaltung, wo er das Ganze bekannt geben wird, um was es da eigentlich geht. Dazu kommt halt noch, dass heute, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, ich bin nicht früher dazugekommen, da auch schon länger unter der Durchschnittslinie von der 200er rumknabbert. Und da sollte er halt, beziehungsweise ist er, ja, drüber heute. Beziehungsweise kommt es jetzt auch schon wieder langsam nach unten. Also es ist halt schon, ja, wohin es geht, wissen wir nicht. Aber Fakt ist, dass diese Information vermutlich jetzt mal wieder dazu geführt hat, dass die ganze Geschichte wieder mal pumpt. Aber ich meine, es ist auch mal Zeit geworden bei Carano, weil er ist ja wirklich eine richtige Schlaftablette geworden in den letzten Monaten. Auch schon fast Richtung Stablecoin geraten. Von dem her bin ich da ganz zufrieden. Für die Leute, die ADA halten, dass da mal was gegangen ist. So, dann kommen wir zum Thema Twitter. Twitter, Elon Musk hat ja auch über 50% des Personals abgebaut. Und der Plan mit dem Wallet, das integrierte Wallet auf Twitter, ist somit nun auch Geschichte. Das heißt, vorerst war es das erste Mal. Also dieser Hype mit Dogecoin, als der so gepumpt ist, als das solche Bilder wie das hier folgen zum Beispiel, ja, muss man halt schon sagen, er ist halt ein sehr, sehr manipulativer Mensch und kriegt auch meistens das, wie es ihm so in den Kram passt. Also von dem her, seid da immer ein bisschen vorsichtig bei solchen Posts. Ich habe es ja schon mal gesagt in dem Video zum Thema Dogecoin, dass ich persönlich jetzt keine Dogecoin halte. Wer das möchte, kann das tun. Aber mir ist das Ganze zu heiß, vor allem solange Elon Musk da die Finger drin hat, ist das für mich halt einfach wirklich nur Glücksspiel. Deswegen ist das für mich nichts. Ja, dann kommen wir ja zu Fidelity. Fidelity hat ja jetzt die Möglichkeit, auch Ethereum zu handeln. Also es ist, man sieht, es kommt halt überall immer mehr und mehr dazu. Fidelity investiert, startet den Handel mit Bitcoin und Ethereum für Kleinanleger. Berichte zu folgend plant, das Unternehmen eine provisionsfreie Handelsplattform für Kryptowährungen anzubieten. Der Zeitverwandte Fidelity im Investment über 9,9 Billionen US-Dollar an Vermögenswert. Und das Unternehmen verzeichnet im Jahr 2021 einen Umsatz von 24 Milliarden US-Dollar. Also ihr seht, auch da kommt richtig Feuer wieder rein. Also die Kohle kommt. Die Kohle kommt. Es ist halt alles eine Zeit, wir sind noch ganz am Anfang. Wir sind wirklich noch am Anfang. Jeder, der denkt, boah, Kryptowährungen ist schon so weit und das passiert eigentlich jetzt nicht so viel. Das ist Quatsch. Da kommt noch so dermaßen viel Kohle rein, weil irgendwann wird jeder merken und möchte einen Teil vom Kuchen abhaben und dann wird da auch Kohle reinfließen. Und zwar richtig viel. Also das ist wirklich zwar auch wieder nur Spekulation, aber das ist fast nicht mehr aufzuhalten, was man so alles hört, auch das, was die Banken mittlerweile da alles abziehen. Also ich bin da wirklich sehr bullisch gestimmt. Dann haben wir hier noch VeChain. VeChain mit der tausendsten gefühlten Nachricht diesen Monat hat hier jetzt auch eine Kooperation mit Amazon. Ja, also der Einsatz der Blockchain-Technologie führt das CO2-Emissionsmanagement weltweit ständig zu. Amazon Clown Technology wird mit der Schanghaier Explorationskette zusammenarbeiten und um die Implementierung von Trust Carbon Management für Unternehmen zu untersuchen. Also VeChain, ich muss gestehen, ich muss wirklich gestehen, ich habe VeChain jetzt erst gekauft, als der runtergeballert ist, da knapp auf die 2 Cent. Aber traurig drüber bin ich wirklich nicht. Ich muss wirklich sagen, es ist schon Wahnsinn, was die da hinfeuern. Was die da an Partnerschaften machen, das ist wirklich unglaublich, also wirklich utopisch. Aber wie gesagt, wirklich was passiert, ist jetzt in dem Sinn im Preis noch nicht. Aber lasst euch nicht davon täuschen. Kauft das ein, wonach euch ist, in dem Sinne, wie ihr euch informiert habt, anhand von euren Informationen. Lasst euch von niemandem sagen, das ist Kacke, das ist Mist, das will sowieso keiner, da wird nie was. Das kann euch egal sein. Macht euer Ding, zieht es durch, informiert euch einfach über euer Projekt, ob das wirklich auch was ist und nicht einfach blind investieren. Ja, ihr habt gesehen, es ist einiges dabei gewesen. Ich habe versucht, mich kurz zu halten, damit es ja nicht da zu lange rumzuplappern. Ich wäre gerne früher heute online gekommen mit diesem Video, aber es tut mir leid, ich habe es wirklich leider nicht geschafft. Ich habe wirklich noch ein paar andere Sachen zu erledigen gehabt, dass es einfach nicht drin gelegen ist. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder ein Abo, ein Kommentar. Ich würde mich wirklich freuen über eure Unterstützung und diejenigen, die das immer regelmäßig tun, bei denen vielen, vielen Dank für eure Hilfe, für eure Unterstützung, für meine Arbeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend, genießt es und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.